Hi, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und hier habe ich ein Kilbagan Single Grain Whisky, also 8 Jahre alt und das ist mit 40%. Ich glaube ich habe um die 28 Euro hier für bezahlt. Es gab mal von Kilbagan Distillery ein Green Moor oder Green Ore und das war der Vorgänger. Jetzt gibt es den, der Kilbagan 8 Jahre alt, das ist 100% Mais, also Single Grain Whisky aus Irland und jetzt seit Oktober 2017 bzw. November wie auch immer gibt es den Kilbagan Single Grain Whisky, also der Nachfolger. Also dieses findet ihr nur noch als Restposten irgendwo. Also die Flasche finde ich echt cool, die hat was. Ich finde der Form ist sehr sehr schön, ein bisschen schwierig zu lesen. Also aber wenn man hier hinten da Weißweißes hin tun, kann man das hier wunderbar auch so sehen. Ja, also es ist ziemlich selten aus Irland ein Single Grain zu bekommen. Single bedeutet in diesem Fall nicht eine einzige Getreidesorte, sondern ein Standort auf dem es gebrannt wurde. Nun normalerweise würde man das in Kilbagan brennen. Aber der Column Still, dieser Coffee Still, der dafür benötigt wurde, ist einfach zu groß und deshalb hat man in Cooling das hier gemacht. Die Geschichte zu der Namensänderung zwischen den Green Ore und der Kilbagan ist das Bean Centauri hat tatsächlich hier Cooling mit aufgekauft und da war auch Kilbagan dabei. Und Kilbagan ist ein berühmterer Name aus dem Green Ore und die wollten gerne Marketing mäßig einfach mehr auf dieser Schiene einfach mal fahren und deshalb haben sie gesagt wir müssen eine Namensänderung machen. So, A unique Single Grain Irish Whisky, sweet and smooth, a delicate Whisky is produced in small batches to the highest possible quality for your ultimate enjoyment. Mit Farbstoff, hmmm, aber Coolie Distillery Riverstown. Also eine einzigartige Single Grain Irish Whisky, süß und weich, diese delicate Whisky wurde produziert in kleinen Chargen für den höchsten möglichen Qualität für deine, damit du es genießen kannst. Ja. So, acht Jahre in Fässern. Also meistens waren das dann auch tatsächlich Bourbon Fässern. So, die benutzt wurden. Mehr Informationen habe ich nicht. Meine Flasche wurde tatsächlich am 12.01.2016 hier produziert. Auch mit der Laser Gravur ist das immer wieder gut zu sehen. 1757 hat dann Gustavus Lambert in einem Kloster da der Kilbägen Distillerie gegründet und dieser Kilbägen wurde genannt nach dem St. Bikan, Kilbägen, Bikan, der eine der zwölf Apostel waren aus Irland. Ja, ist eindeutig ein Grain. Da ist auch kein Malt, also keine Gerste da drin, was anders dann auch riecht und auch anders schmeckt. Also Grain kriegt meistens seine ganze Qualität aus dem Holz heraus, denn meistens wird das auf 90% plus ABW hochdestilliert, sodass sehr vieles von den Ölen und diese ätherischen Momente einfach verschwinden. Und da bleibt einfach ein hochprozentiger Alkohol übrig und das kommt man gleich auch relativ verdünnt in den ekologischen Fässern rein und dann saugt diese Fässern, die einfach ein Rohmaterial ist, sehr stark der Charakter von dem Fass mit auf. So, ich probiere mal. Ich mache Grain Whiskies. Also ich habe hier ein Single Grain Scotch Whiskey, Scotch Whiskey, also von der Boutique Whiskey, das ist ein 27 Jahre alt North British. Exzellent. Allerdings mit 56,3%. Ich habe irgendwo hier hinten auch von Signatory auch noch eine Abfüllung da. Ich mache gerne Old Particular, auch Grain Abfüllungen. Aber der ist irgendwie okay. Aber nicht wow. Der ist eine 3 plus in meinem Mund. Aber am Ende, der Nachtgeschmack ist besser als der Hauptgeschmack. Kann man Hauptgeschmack überhaupt sagen? Also 40%. Ein paar Umdrehungen wären besser gewesen. Aber es hat auf jeden Fall eine Altersangabe, was der Neue nicht mehr hat. Ab und zu mal findet mein Green Ore mit 15 Jahre alt ein Single Grain. Auch das wäre interessant mal zu probieren, falls jemand ein Sample hat. Hallo, ich heiße Whiskey Jason und ich teste hier immer gerne sehr seltene Sachen. Also am Ende geht es tatsächlich nach oben. Interessant. Also kommt da rein. Getreide, Getreide, Getreide. Ein bisschen auch wie eine... Oh wow. Also am Ende geht es echt richtig steil nach oben. Der Nachtklang ist richtig hier der Höchstmoment hier in dem Ding. Da überlege ich mir den Nachtklang tatsächlich auf ein 2 minus zu gehen. Das ist gut am Ende. Also 2 minus. Wow. Gil Began, 8 Jahre alt. Du kriegst zwar ein Minus, aber nicht weil es hier ist, sondern am Ende. Was da am Mund bleibt, ist ein richtig schöner, wolliger Moment. Mit einiges in Holz. Und die ganze Zeit habe ich eine Lemon Meringue. Also wie übersetze ich das hier? Also das ist Eierschnee. Also man schlägt Eiweißen auf und da kommt dann irgendwelche ein Zitronenschale oder Zitronengeschmack da rein. Und das tut man häufig auf irgendwelche Torten oder sonstige Sachen. Richtig gut. So. Leider, wie ich schon sagte, ist der nur noch aus Rasposen zu finden, denn der Neue ist gekommen. Auch wer noch ein Green Ore im Schrank irgendwo hat, den findet man auch gar nicht mehr. Denn dieser Name wurde da einfach mal wegrationalisiert, damit Kil Began immer mehr und mehr kommt. Und Kil Began ist eine der schnell wachsenden Irish Whisky Marken in Deutschland überhaupt. Mit Wachstumsraten von bis zu 60% im Jahr, was echt enorm ist. Ja, also ein 2 Minus gebe ich den Preis-Leistung, wenn man den noch gekriegt hat damals für 24, 28 Euro. Kann ich auch sagen, also am Ende... Achso, das hätte ich noch ein letztes Mal probieren. Also da gebe ich den auch sogar ein 2 Minus. Also... Ach, kann ich den 2 Minus geben? Oder 3 Plus? Also irgendwo dazwischen bin ich. Eine Nase ist er nicht. Der ist ein 3 in der Nase. Im Mund... Ist er auch ein 3. Aber dann... Jetzt... Geht er echt total nach oben. Wahnsinn, das ist eine coole Sache. Ist ein 2 und deshalb gebe ich den 2 Minus. Also... Muss man probiert haben. Also Leute... Also Sample... Also ich kriege das sowieso nicht mehr im Laden auf meine Sample zu schauen. Ich habe hier noch 30, 35 CL die wecken dürfen. Ähm... Jo... Bitte, bitte fragen. Also... Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage geht um Single Grain Irish Whisky in Kilbegan. So... Welche Beispiele von Whiskys habt ihr noch, die früher so hießen und heute jetzt so heißen? Green Ore gibt es nicht mehr, das heißt jetzt Kilbegan. Also das ist der Altersangabe verschwindet. Es gibt der Single Grain von Kilbegan jetzt. Das ist der 8 Jahre alte von Kilbegan. Das meinte ich nicht. Ich meine ein Whisky, der identisch im Grunde bleibt, aber einen ganz neuen Namen bekommt. Welche Beispiele könnt ihr unten in den Kommentaren schreiben von Whiskys, die einen neuen Namen gekriegt haben? Das würde mich interessieren. Mir fallen echt nicht unbedingt sehr viele Beispiele ein. Ich habe den da durch, der Kilbegan, der mit dem Green Ore, aber es gibt bestimmt andere, die auch sowas ähnliches durchgemacht haben. Bitte das in die Kommentare schreiben. Liken, abonnieren, auf meine Sample-Liste schauen, da könnt ihr gerne was hier bekommen. Bei 28 Euro ist dann da ein 10 CL, das ist durch 7, das sind 4 Euro irgendetwas, ja? Also Porto ist fast mehr, das sind 3 Euro für Maxi-Brief, da kann man ein bisschen Porto-Optimierung machen und ein paar andere Samples dazu nehmen. Also bis zu 30 CL passen gut in den Maxi-Brief rein. Vielen Dank, dass ihr zuschaut. Vielen Dank, dass ihr immer wieder auch liked und vielen Dank, dass ihr immer wieder kommentiert. Whisky, Jason, hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Bis morgen. ANSG Stevens Das sind immer wiederяз